Hallo und Tensi! Willkommen zurück zu Kreativverse Pro! Wir sind ja die ganze Zeit auch Pro, ne? Und wir sagen immer noch Kreativverse, ne? Ja, ist doch egal. Ja, ist doch egal, okay. Ja, mit dabei habt ihr schon gehört, der Opa da vor mir. Und die reizende und herz allerliebste Little Miss Louise und Jürgenste. Ja, das Küken hier unter uns. Die einzige Frau hier auf dem Server. Wenn man von Martin absieht. Wo rennt ihr hin? Weg. Wir machen jetzt eine Baumforschung. Genau. Toll! Toll! Ach übrigens, der geht's runter. Ja, warum ist der nicht gesprungen? Wollte ich nicht. Merkwürdig. Ein Reverse-Sprung-Bug, der geht runter. Ja, manchmal dieses Spiel ist manchmal echt ein bisschen sehr merkwürdig. Guter ist noch mehr Honig. Mehr Honig. Also auch Kreativerse-Kreaty-Bugnen. Oh ja. Ja, kreative Bugs. Ja, das stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Teilweise wirklich sehr kreativ. Boah. 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 Also dieser Baum oder Bäume sind schon cool. Bäume. Bä. Schafbäume. Wirn. Woop. Guten Tag. Hi. 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 Huh. бывr них hat mich angetatscht. WHe Yahhhh!!! Hiiiiihäa. Hiiiiih . Jetzt habe ich bestimmt die Vogelgrippe. G совf ich. Mindestens. ja meine tut meine tut ja nimm doch aber auch nicht genug dahinten stehen es ist immer noch ein witz diese pinne die hier martin aufgebaut hat sehen immer noch durch die verschiebung hier der wegen dem hügel hier aus ob sie nicht gerade aufeinander zu gehen würde ja ne von der optische deutsch und kräg du fuhr die optik tritt für die optik optik so herr kollege was machen wir denn heute opa ok ok guter guter ahnung keine wissen auch kommt ihr das ist das ist super das ist immer klasse das passt gute ahnung keine wissen gute ahnung keine wissen ja keine ahnung was wollen wir machen wollen wir was bauen oder wollen wir was hauen ich glaube wir gehen was hauen das haben wir schon länger nicht mehr gemacht gewonnen 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 wird sie selbst hauen oder was so war kein pvp an mein doch 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 scheiße pvp sein wie er geht er hat angst vor dir ja natürlich die haupt sofort zu ich brauche nicht zu hören siehst du mal ja sollen wir dann runter gehen dann lass uns mal runter gehen ganz runter ganz nach unten ganz nach unten so weit so tief wie unser niveau momentan ist so tief können wir gar nicht geht mein teleporter nicht an der höhe nein nein der ist ganz vorne ne deiner ist ein teleporter ist doch immer mal sehen bei martin steinbruch ach ja tach mir gut wie bist du denn hier so schnell runtergekommen hast du einen teleporter da unten gesetzt aber an der bahn habe ich einen gehabt so in der heutigen folge gehen wir etwas hauen und in der nächsten folge haben wir was zu beklauen ich habe vier stück bei du hast doch gesagt du hast noch welche ich hab dir noch in der truhe genau ich ich mal eben hoch ja mach das ja da ist übrigens mirro in der wand was ist hier oben ich mag diesen nicht so alle jetzt bitte an ist auch wenn braucht ihr nicht die augen zu machen hier ist eine krabbe in der wand cool ich habe jetzt drei 99er stecks und 1 42 reicht das reicht wo hast du denn den den teleporter stehen hier ach da steht der touchstone da ja ich drehe mich auch extra so hin dass man das nicht unbedingt sehen kann hinter mir ja man hat doch noch keiner gesehen wie es jetzt aussieht das stimmt also wie es jetzt aussieht hat noch keine das zeigen wir aber erst wenn es soweit ist also in 20.000 bei mir ist es egal bei dir ist es egal genau kann man das angucken wie ich will oh hallo hotfut 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 also wie ihr sehen könnt die viecher sind friedlich friedlich trotzdem gehen wir hauen ja hi 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 titi so äh hat hier kein weg runter gebaut nö der animal hat super ich wollte eigentlich nicht ins wasser rein ja das aua hahaha aber wenn du möchtest machen wir es hier we climb yes guck mal da hinten ist ein roter äh lichtschrei ja wo kommt der denn her ja verstehe ich auch nicht hehehe äh wollt ihr auch lampen haben ich hab ja gib mal ein paar ich hab die laternen äh lampen ich dachte du hast die sicher platte nein das hat holz kann wir ja nicht machen eigentlich schön so hier für dich auch ich würd sagen dann gehen wir und trennen wir uns mal ne na na doch doch wir trennen uns wir trennen uns ähm ich geh in richtung westen ich geh in richtung osten wenn ich denn da hinkomme viel spaß danke dir auch so lumit gibt's hier lumit kann gar nicht irgendwo ich muss hinter einem von euch her warum keine extraktoren hihihi ach ja richtig ach scheiße ja gut okay also irgendeinen haken gibt's ja immer kannst du dir keine bauen oh mach doch oh nö da hab ich jetzt aber keinen Bock drauf au ach schade war aber knapp da hinten weeeee was sehen meine entzündeten augen da hinten kein augenarzt ne kein augenarzt das ist richtig ja ich hab hier was ach warum sitz ich eigentlich Lampen ich hab doch ne Taschenlampe jo ich sitz aber trotzdem hier gerne Lampen boah gleich vier auf eins streicht da doch mal warten ne ich hab nur drei aber immerhin Ich habe einen Keeper gefunden. Was hast du gefunden? Einen Keeper. Cool, mach Platz. Genau, hau ihn. Wir hauen ihn mal so schnell ab. Wir müssen hinterherrennen. Wir hätten auch Stumbom machen können. Ja, hätten wir auch. Da hast du wohl recht. Hier ist echt ordentlich. Oh, da oben ist ein Ding im Baum. Zum Glück tun die einem nichts mehr. Da ist Lü. Was ist mit Advanze? Extraktoren, heben wir die auf? Nein, warum? Für was? Für Kohle. Ja, für Kohle können wir sie nehmen, das stimmt. Für was anderes? Nee, für was anderes sehe ich das auch nicht. Ja. Denkt dran, auf eure Anzeige zu achten, ne? Weil wir haben ja keine Tränke mit. Tränke, Tränke. Tränke, Tränke. Fanta, Fanta. Fanta, Fanta. Boah, die Werbung ist so kacke. Boah. Ich hasse diese Werbung. Ganz schlimm, ganz schlimm im Kino. Ganz schlimm im Kino. Weil du kannst ja nicht ausweichen, ne? Hier zu Hause kannst du einfach sagen, ich switche mal rum. Ja, richtig. Fanta, Fanta. Dann gehst du runter. Anzeige. Na super, sie bewegt sich weder vor noch zurück. Ja, da bist du zu nah an der Decke. Oder irgendwas. Ja, ich glaube, ich habe hier zu viel um mich rumstehen einfach. Hier ist Lü. Ah, geht doch. Geht zurück. Hier stehen wir richtig. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Vorbei. Was? Wo steht was? Wo stehst du denn? Hier hinten. Oh, da. Tsch. Tsch. Vielleicht sollte ich einfach mal irgendwie spaßeshalber ein Ding kloppen oder so. Warum nicht? Einfach nur spaßeshalber. Weil wir es können. Und dann müssen wir wieder so tun, so, da kommt ein Ding, da kommt ein Ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Die Folge schon vorbei? Nein, dann hätte ich kummel nur mal los gesagt. Das weiß man mal dir nie so genau. So sieht's aus. Bei ihr weiß man nie. Es ist auch immer noch, äh, schade, dass wir es selber nicht einstellen können mit, äh, wie heißt es? Ja, mit, mit, äh, wie er überhaupt da irgendwas einstellen können am Server. Hallo, Huhn. Backpack. So. Erste Lumid in Tasche. Achso, ja, ich, äh, hab meinstens einfach mal, äh, abbaulassen. Folge meiner Lichtspur einfach wieder zurück. Hallo, Mirus. Lumid. Oh, mehr Lumid. Lumid, Lumid, Lumid. Okay. Hier ist kein Lumid mehr. Oh, wie doof. Das ist ja pissig, ey. Weißt du, was mir hier so spontan einfällt? Was wir vielleicht hier auch machen könnten? Was denn? Ein Schloss. Aus Diamanten? Aus Diamanten. Nee. Doch. Boah, was eine geile Idee, Alter. So groß wie die ganze Welt. Ja, sowas wollten wir schon immer mal bauen. Ja, eben, haben wir nie gemacht. Nee. Vergiss es. Ja, wir bauen jetzt das Schloss aus Lumid. Ja, dafür Spaß. Ja. Hi. Hallo. Au. Warum? Sprung-Bug, er hat nur voll gegen die Decke gekommen. Aua, aber warum machst du denn sowas? Ja, weiß ich auch nicht, wieso. Weil er es kann. Hallo. Ja, bitte. Habe ich gerne gemacht, Pixie. Oh, noch mehr Lumid. Nice. Läuft hier. Soll nur einen Block, aber egal. Ach. Was habe ich vergessen? Torn. Kippa. Bleib hier. So, da ist er. So, da. Bleib hier. Du dreckst auch. Man traust du mich. Wollt den Kippa hauen. Ja, ich war doch dran. Ja, wer kam gerade in meine G-Richtung? Das ist mir egal. In deine G-Richtung? Das ist gar nicht mal so verkehrt, das Wort G-Richtung, ne? Nein, 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 nein. Das Wort an sich ist in Ordnung. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Nur die Ausführung war falsch. Die Satzstellung. Was? Die Stellung? Das Stellung. Ach so. Hört auch noch mal nur das, was ihr wollt. Ne, wir hören nur das, was ihr erst durchlässt. Ja. In deinem Mund. Nee, da ist Kunststoff drin. Dafür kann aber gar mehr. Zum Glück, ey. Scheiß Zeug. Ja, aber damals, ne? Ja, damals gar nichts anderes. Das ist die einzigste Füllung, die die Kasse noch komplett übernimmt. Das ist das Geniale. Ja. Ja, super. Das ist aber pures Gift, ist es egal, ne? Ja, aber das ist... Ja, ist halt günstig. Beim Reinmachen, als wenn du die Füllung jahrelang kriegst. Ja, ja, natürlich. Schon klar. Aber trotzdem. Ist halt das Billigste vom Billigen, ne? Ich hatte mal eine Lehrerin, die musste das in ihrer Ausbildung, das Amagal in der Handfläche ohne Handschuhe anwischen. Wie bitte? Boah. Boah, bitte, ey, da geht gar nicht. Ja. Da kannst du auch flüssiges Quechse über die Hand kippen. Ein paar Mal gemacht und das dann eine Amagal vergiftet. Ach, gleich zu? Sag ich ja. Sag ich, da kannst du ja auch pures Quechse über die Hand kippen. Ja. Das ist den gleichen Effekt. Also ich hatte vier Amagal-Blomben drin, Füllung. Ja. Und die sind alle raus und dafür ist jetzt ja dieser Kunststoff-Ding da drin. Ja, ich hatte eine Amagal-Füllung und die ist mir irgendwann rausgefallen. Und jetzt habe ich da auch wieder eine ganz normale Kunststoff-Füllung drin. Ich hatte noch nie Amagal-Kam. Ja, wir sind ja auch in einer anderen Zeit, ne? Ja. Bei uns war das andere. Die Kunststoff-Füllung gab es zwar schon oder die Keramik-Füllung, aber die war scheiße teuer. Ach das. Da hättest du auch ein Auto kaufen können im Endeffekt. Ja, richtig, genau. Oder warten, bis es soweit ist, dass du eigentlich eine Brücke oder sonst irgendwas bekommen hast, weil das war eigentlich immer noch... Das war dann günstiger, ja. Ja, das war... Richtig. Das ist so krass. Kein Witz, ey. Kein Witz. Ja. Hier, du kommst an die Extraktoren dran und kannst das rausnehmen. Mhm. Gut, dann gehe ich schon mal ein bisschen weiter gucken. Mach das. Muss ich hier nicht warten. Oh, deine Stimme kackt wieder ab. Ja, ein bisschen. Aber ich muss sagen, als ich auf die Rechnung geguckt habe, es stand ja auch drin, wie viel meine Krankenkasse übernommen hat, muss ich sagen, wir haben echt eine Menge übernommen von den Füllungen. Das ist echt schon krass gewesen. Also teilt sogar 70 Prozent gewesen. Ja, jetzt gucken wir, ob die Krankenkasse drauf hat, ne? Ja, ja, klar. Das ist aber eine gute Krankenkasse. Also, ich bin echt happy gewesen, dass ich die zu der hin gewechselt bin. Bei welcher bist du? Äh, Knappschaft. Knappschaft. Also ein Ding. Hallo, Ding. Ja, das ist auch ein Ding, dass ich da hingegangen bin. Ja. Oh, warte mal. Jetzt habe ich Werbung gemacht. Na, verdammt. Und ich kriege nichts dafür. Selbst schuld. Ach, egal. Selbst schuld. Ach, wer Gutes macht oder gute Leistung bringt, da kann man doch kostenlose Werbung machen. Eben. So sieht es nämlich aus. Alle anderen dürfen gerne bezahlen, ne, AOK? Warhammer. Ich kann es nicht beschweren. Die kenne ich gar nicht. Ne, ich auch nicht. Ist die neu? Ja. Noch nicht. Gut. Die gibt es noch nicht. Ach, die gibt es? Ist das deine eigene? Ja. Boah, geil. Kommen wir da auch mal rein? Nein. Nein, ihr seid zu doof. Genau. Ist gut. Ich bin wieder voll männlich. Aber. Aber dafür bist du hübscher, Mann. Ja. Jetzt bist du ein Trost. Du folgst der Lichtspur dann, ne? Ich folge den Extraktoren. Ja, aber ich bin so eine Kurve gelaufen. Musst du den Lichtspuren folgen. Scheiße. Das ist nicht gut. Das kannst du doch nicht einfach machen. Doch, doch. Habe ich gemacht. Hier ist noch ein Ding. Hier sind mehrere Dinger. Hier sind drei Dinger. Hier sind drei Dinger. Drei Dinger. Ach, ist hier was Rotes. Ist hier was Rotes. Boah, wie viel Einerblöcke die hier einfach mal sind, ne? Ja. Ja. Also, so Lomit ist nicht unbedingt ein Rudeltier. Ne, also das nicht. Und ein Ding auch nicht. Eigentlich nicht. Wobei, manchmal sind es dann doch zwei. Ja, oder drei. Ne, ich bin jetzt drei gerade. Nimm zwei. Vielleicht kommt es eigentlich umsonst. Hallo, warum kann ich die nicht öffnen? Ein Ding, Happy Hour. Hau zwei, krieg ich drei. Hahaha. Nimm zwei. Hau ein. Ne, drei bezahlt zwei. Meine Stimme kackt mal wieder ab. Ja, Sing hilft dann auch dabei. Ich hab hier nicht ein bisschen Lomit. Ich bin aber auch gerade irgendwie sehr Lomitlos hier unterwegs. Ich hab ganz viel Lomit. Drüben ist Lomit. Warte aber auf die Extraktoren. Ja, ich mein jetzt zum Abbau hab ich keinen Lomit. Eben um Extraktoren anzusetzen. Ich hab jetzt gerade was gefunden. Ein bisschen. Oh, da ist noch mehr. Ich mein, ich sehe zwar für einiges, aber das ist so unter Wasser halt, ne? Ja, da hab ich auch viel gesehen. Das Problem ist, dass ich hier viel zu viel Wasser habe. Viel zu viel. Wasser, 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 Wasser. Ach, guck mal. Direkt nebenan. Wie geil ist das denn? Brauchen wir Lava? Noch nicht, ne? Oder? Wollt ich nicht. Nee. Oh, ein goldener Keeper. Oh, mach den bloß platt, ey. Ich versuch's. Ich versuch's. Ja, hab ich. 39 Ar Perez Ston, 30 Obsidian-Ohr und 8 Explosive Bombs. Wow. Läuft. Die goldenen Keeper sind Gold wert. also wirklich manchmal manchmal ja teilweise kannst du es auch einfach nur vergessen weil er überhaupt nichts droppt aber das hast du auch mit den mit den dingern und so weiter hat da teilweise einfach nichts rauskommt ganze melken wieder willst aber was jetzt so auch ich bin mal eben hochgesprungen im back mit dem back ja und hing in der decke fest auch schön das hatte ich vorhin bei der besichtigung deiner u-bahn d und da habe ich mich in der decke fest gebackt also die beurte ihr TNT das war das so so das wurde ich hab ne Ruhe gefunden ja dann nimm sie hab ich hier TNT in Klaus von Bums und was passiert was passiert ach so ich denk schon was mit dem denn jetzt raus ach so wer ist jetzt tot nein das wird ja angezeigt dann kommt der Eiermann umel 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 um hier kommt der Eiermann ja okay ja das war mal gelten ne ja schön ja gerade eben einfach den Licht voll auf dem Pixie gelandet als arme Big Tee aus dem Wasser gefogen haa blatt doch mal stehen ey so viel Lumid einfach mal im Wasser das ist schon echt scheiße Kipper da folgten wir ein Kipper ja aber nur ne Kipper normaler Kipper ja naja besser als nix so siehts aus da ist hier Lumid freie Zone oder was ich weiß nicht keine Ahnung also wenn wir nicht vergiftet werden würde würde ich sagen wir sind nicht mehr in der Lumid Ebene ja ne so so also so kommt es mir gerade vor vielleicht war ja auch Martin hier und hat ja alles uns geklaut ich würde mich gerne mal wissen in welche Richtung wir müssten um zu ihnen zu kommen hier unten und vor allem wie weit dort ist äh ziemlich weit weil ihr geht nach rechts auf die Eisdings und ich bin fast am Ende äh unter dem Canyon bin ich gerade eben ja achso oh wir sind aber echt alive ey das ist ja ein komplettes biome joo zwei biome wenn man uns aus mir zurechnen egal was mich wundert ist dass wir auch ganz wenig Diamanten hier 있는 weil sonst früher in der alten Welt, da haben wir ja nur... Und da hast du Diamanten und Glomit ohne Ende gefunden. Ich weiß auch, wo wir das erste Mal überhaupt auf der Ebene waren. Oh ja, das war lustig. Da haben wir doch mehr Diamanten gefunden als alles andere. Das stimmt. Hallo Ding. Hallo. Ring Ding Ding Ding. Ding 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 Ding. Sollte ich mich doch fast mit Corrupted Gestein hochbauen? Das bringt's. Voll. Voll und ganz. Aber sowas von ganz und voll. Und weiter geht's. Irgendwann hatte ich Lomit in der in der Nacht. Ha ha ha, Lomit. Uhuhuhu. Werde diesen Weg nie wiederfinden. Hallo. Ich auch nicht. Hallo Ding. Der Neo, ich werde den Neo wiederfinden. Folge seiner Lichtspur. Ja, Folge einfach dem Dicht. Das du Folge dem Licht. Der Dunkel. Apropos folgt dem Licht. Was? Hä? Mann beim Arzt. Oh Gott. Sagt der Mann zum Arzt. Herr Doktor, ich bin eine Motte. Sagt der Arzt zu dem Patienten. Das ist aber ein Fall für einen Psychiater. Ich weiß, aber bei Ihnen war noch Licht an. Oh. Oh. Oh, ey, ist gemein. Ja, ja. Oh Gott. Der ist aber gut. Ja, ne? Irgendwie schon. Oh, der ist flacher als flach. Ja, natürlich, aber man lacht gut darüber. Weil es eigentlich wehtut. Aber egal. Ja. Oh Gott. Oh, Lumi. Wenn hier der Lichtspur folgt, die denkt sich auch, wie läuft der? Irgendwie habe ich mich gerade verlaufen. Ne, ich sehe deinen Namen. Ja, aber irgendwie ist es eine Sackgasse. Da muss ich ja eine Richter, da muss ich her, glaube ich. So was Rotes. Ja, ich versuche die Lichter immer so zu setzen, dass das passt. Aber das ist, oh. Das ist auch nicht unbedingt immer so einfach. Nee, nicht wirklich. Also ich denke mal, dass ich auch gleich massig Probleme habe, den Weg zurückzulaufen. Ja, vor allem, du hast irgendwann kein Licht mehr, das zu setzen kannst. Ja gut, dann gehe ich wieder zurück. Ja, dann mach mal neue. Genau. Ich habe ja jetzt noch 25 Lämpchen. Ich habe noch 40. Theoretisch gesehen könnte man die auch wieder einsammeln. Theoretisch gesehen das ja. Oh nö. Tach, Sau. Tach, Bärchen. Truhe. Ich habe auch Truhen, kann ich dich totschlagen. Oh, eine Grand Architect Torch und 24 Wood Burning Lamps. Ja, passt ja perfekt. Ja, ne? Das hätte sie so gewusst. Ja. Und noch eine Truhe. Alter, wie geil. Wie viele Truhen sind denn hier bitte auf einmal? Sehr viel doch. Mehr Truhen als Lumit. Ich habe so viele Bomben schon gefunden, dass ich quasi Wo ist denn die Truhe jetzt hin? einen Krieg anfangen kann. Und fang nochmal das Krieg an. Mit dem Russen am besten. Ach nee, das wird zu kalt. Stimmt auch wieder. Oh, Lumit. Perfekt. Perfekt. Warte. Aus. Was? Schon gut. Okay. Da oben. Äh. Okay. Oh. Shit. Was? Sollte mich mal hochbauen. Sonst vergifte ich gleich. Ja, nicht gut. Nein. So, jetzt sehe ich Kias Namen gerade nicht mehr. Da ist ja noch eine Truhe. Alter. Ich finde hier mehr Truhen als Lumit. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich die Truhe-Ebene und nicht die... Wahrscheinlich. Jetzt habe ich schon wieder eine Truhe gefunden. Nein, nicht ins Wasser, Mann. Das ist auch so ätzend. Hä, hier war doch noch eine Truhe. Ja, das... Das habe ich auch. Du siehst eine Truhe? Ey, geil. Und dann... Nö, dann nur Lumit. Ja. Ist auch kacke. Scheiß Lumit, ey. Ich will die Truhe, Alter. Oh, 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 oh. Nein, da ist Wasser. Scheiße. Läuft. Nice. Ja, Wasser läuft. Oh, nee, eigentlich fließt ja Wasser. Eigentlich fließt es. Es fließt, ja. Dahin ist noch eine Truhe, die hole ich mir mal eben. Und dann gucke ich, dass ich den Weg weiter fortführe. Wo sind denn da... Oh, Lumit. Aber hier war doch gerade noch eine Truhe. Also, dass du gerade im Kreis läufst? Ja, ja, das kann gut sein. Okay. Ich bin jetzt aber extra im Kreis... Nee, richtig. Spiel ist doch eckig. Ja, eben. Bin jetzt aber extra im Kreis gelaufen, weil ich noch eine Truhe war. Also, nicht folgen. Kommen gleich wieder zurück. Ich werde nie wieder zurückfinden. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe eine neue Area geteckert. Ernsthaft? Ja. Ich habe ihn überhaupt nicht gekriegt. Ja gut, ich bin auch noch im bekannten Teil. Noch nicht wirklich weit gekommen hier. Tor, Tor, Tor. Tor, 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 Tor. Und futz. So, Herr Kollege. Ja? Wollen Sie nicht mal so langsam? Sonst gibt es wieder Ärger mit der Frau, weißt du doch. Mit mir nicht, ich bin Single. Auch ich kann dir Stress machen. Weil mit der Stimme. Ich kann dir Stress machen. Ich bin dein Vater. Entschuldigung. Jetzt stell dir mal vor, du bist so Star Wars Fan, bist zum Game of the Hawkstar und plötzlich steht Darth Vader vor dir und sagt dann, ich bin dein Vater. Was wird dann passieren? Yeah, Strike! Und er so... Ich habe es immer gewusst! Oh mein Gott, Dad, wir können die Galaxies beherrschen! Sauber! Wir müssen doch den Imperator stürzen und ich muss doch gut werden! Ja, nee, lass das mal. Dafür ist doch morgen noch Zeit. Ach ja, schön. Du solltest mir doch nicht folgen. Aber da waren wir nicht! Ja, ich... Ich bin süßes Zimmer auch noch über sich. Ich dachte mal, ey. Ich weiß, aber ich habe doch gesagt, ich komme wieder zurück. Da waren aber keine Lichter mehr. Ich weiß, aber ich habe gerade gesagt, ich komme wieder zurück. Ich soll doch dem Licht folgen. Ich bin eine Motte. Zum dritten Mal, ich weiß, aber ich habe doch gesagt, ich komme wieder zurück. So viel dazu. Aber hey! Schön, dass du da bist, Motte. Oh, wir haben Videobeweis dafür, ne? Ja, haben wir. Wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich da hinten hingehen und noch ein bisschen Miet holen. Da ist nämlich noch mehr... Ja, unter Wasser vergiss es. Was? Was? Weil ich Sprungbad gehabt. Ach so. Oh, ich habe meine Steine vergessen. Oh nein. Also, soll ich jetzt Feierabend machen? Ja. Ja. Okay. Äh, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren, liken und kommentieren nicht vergessen. Yes. Was? Danke fürs Einschalten. Das ist geil. Ja, ist doch so. Man schaltet doch den Rechner ein und dann geht auch den Kanal und man schaltet dieses Video im Sinnbegriff doch ein. Ja. Okay. Auslegungssache. Genau. Und jetzt könnt ihr ausschalten. Bis Donnersache. Genau. Ist schon zu spät. Fernseher ausschalten. Genau. Oben auf das X. Aber vorher den Like-Button drücken. Ja. Was jetzt doof ist, wenn du auf das X gedrückt hast, bevor ich das gesagt habe. Falls du das nicht gemacht hast, drück jetzt auf den Like-Button und aufs Abonnieren, falls du das noch nicht getan hast und bei den anderen da auch. Ja. Machen. Kompliziert. Ja. Kennst du uns doch. Ich weiß. Und falls du wieder eingeschaltet hast und jetzt bis hier hingeguckt hast, jetzt darfst du auf X drücken. Tschüssi. Tschüss.